So ihr Lieben, Fohlen ist drei Wochen alt, da kann ich jetzt auch ein bisschen was futtern. Und was gibt es besseres für den kleinen Mann als das Stupenfohlenmüsli von Josera. Ich musste der Mama jetzt nochmal was geben, weil sonst nimmt sie dem Kleinen das Futter. Ja, siehst du's gut? Geht's das gut? Ja, wer ein großer Stärkwärmst werden möchte, muss natürlich auch fleißig essen, ne? Ist das gut? Ja. Hey, du kannst nicht in so einem Video crashen. Sauber. Ja, ich mach die da. Hehehe. Für was der Kleine weiß. Ja, es wird zu mir, es wird zu mir. Ja, er hat dich schon anfixiert. Gut. Er greift dich gleich. Nein. Soll ich mal rüber in die Box bringen? Nee. Nein? Nein. Willst du mit Emma spielen? Nee, nee, das hast du gemacht. Okay. Ich musste letztens schon sein Schweifkneifen gestern. Sein Schweifkneifen. Emma musste das Poli nicht weiß schneifen, weil wir seinen Bauchnabel untersucht haben. Und da ist Eichenäuten. Ja. Ja, das ist die Kamera. Daran muss er ein bisschen drücken. So. Ja, da bist du. Was hast du? Ich bin da, wenn du die Boxen auch mal weißt. Ja. Und hier ist raus. Alles ist interessant, dass du mir anleitest. Hallo. Guck mal, stellst du mal die Box, was ich gerade hier lassen? Ich bin zwar von diesem Fett. Ja. Wenn wir Emma nochmal kalt wollen, dann kannst du mal Energie sammeln. Ja. Was? Wenn wir Emma angreifen wollen, dann müssen wir erst noch mal Energie sammeln. Nee, nee. Lass mal. Nee, nee. Lass mal. Nee, nee. Lass mal. Warte. Warte. Jetzt können wir es jetzt hier. Hey, da müssen wir jetzt aber Fitness drauflegen. Haha, Witz-Boys. YouTube hat noch keine Filter. So, jetzt kriegst du noch ein Schwingling gleich. Weißt du, andere Menschen setzen sich auch anders um auf den Eindruck. Der ist aber voll dreckig andersrum. Das ist in ein paar Minuten bestimmt eh egal. Ja, aber wir wollen versuchen, zumindest mal sauber zu bleiben. Stets bemüht. Stets bemüht. Stets bemüht. Stet nicht mehr. Das gleiche ist. Ja, das gleiche ist. Nein. Also ich halte ihm auf jeden Fall sehr zu schmecken. Nein. Ich bin mal gespannt, wie das wird, weil er dann anfängt, der Mama das Futter wegzuprischen. Kleine Anmerkung, ist im Übrigen heute vier Wochen. Ist heute vier Wochen? Stimmt. Nein, nicht ganz, der 29. Naja, aber Donnerstag, es sind genau vier Wochen. Guck mal, das ist quasi sein Geburtstag. Ist das gut? Wenn du jetzt weißt, wenn ich schnell die Boxtasche, jetzt sind wieder die Schnürsäcke interessant, ne? Junge, Junge, Junge. Nein, 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 nein. Tschüss, Carlo. Okay, was lehrt uns das? Was lehrt uns das? Kontrolliert, ob die Boxen zu sind. Free Carlo! Ey, wollen wir mal die Wömer dazu lassen? Nein! Warum? Die beiden haben schon... Mensch oder Maschinen? Ja, die beiden. Mensch oder Maschinen? Ja, die beiden. Ja, die ist wohl. Was hier bei Soy da ist, ist es kein Problem. Ich weiß, ob du verkommen hast. Ja, ich weiß, ob du verhungst. Das ist immer lustig, ne? Okay, jetzt leck mal ein Stief an, dann gucken wir, ob die Hölle frei ist, dass wir den kleinen Mann laufen lassen können. So, sei nicht so gierig, das fängt keinen Ahnung mal was. Ich weiß, dass es gut schmeckt, ne? Es ist ja Josiara. Na echt, die Blütenverklopfer auf dieses Kutter. Na? Wo ist es so? Mit deinem Folie. Guck mal. Der kriegt die Milch entweder, der kriegt entweder so Futter oder so Futter. Das ist doch wenigstens eine Ecke. So. Püffer. Hier rein. Dann machen wir was Giften, was kann ich nicht mehr essen. Dann machen wir was hier der Carlo herangiften. So. Was ist das der kleine Mann draußen? Deine Assyste, dann so was zu tun. Ja, du weißt das nicht. Ja, komm noch einmal aus der Oas. So. Ja. Nein. Mann. Ich meine es nicht wieder auf den Carlo. Ich meine es nicht wieder auf den Carlo. So. Au! Sag mal! Was kann ich dafür? Ich sag doch, das ist aggro! Das ist nicht aggro. Das ist, weil die Mama das wegfrisst. Geh selbst. Na, wo? Ich schweiß den Deck aus. Guck nicht so durch. Guck nicht so durch. Drei. So. Süß. Heute? Heute? Auffressen? Die letzte Woche. So, wir gehen uns jetzt einmal umziehen. Ich geh mich umziehen. Wir gucken mal, ob die Halle frei ist. Und dann darf der kleine Mann als allererstes schon mal in die Halle. Sein Lieblingsplatz muss er nicht auf die Koppel, weil es draußen regnet. Also wirklich regnet. Und können wir heute mal ein bisschen in die Halle spielen. Schauen wir uns nachher besser wird. Dann darf er auch auf die Wiese. Aber als erstes jetzt mal auf seinen liebsten Spielplatz. In die Halle. So, jetzt packen wir erst mal einen, weil die ganze Zeit die Halle hat. Einen Halfter packen wir ein. So. Dann müssen wir nämlich gleich wieder mit üben. So, sind keine Pferde weg? Nein? Na? Halt, 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 halt. Deine Mama müssen wir doch auch noch mitnehmen. Komm, Süß. Komm, Schatz. Halt die Lena auf. So. Ja, der ist ein großer Mann. So lustig. Ich muss meinen Arm immer mehr anwinkeln, wie es Fohlen zu tun ist. So, komm, der Kleine wartet nicht auf dich. Komm, Schatz. Ich kann immer wieder betonen, dass es so lustig ist. Normalerweise läuft das Fohlen seiner Mama hinterher. Komm, Schatz. Tschüss. Das ist nicht erschreckt. Bei uns sind sie umgekehrt. Genau? Eins. Zwei. Drei. Tschüss. Jetzt kriegst die Mama wieder ab. Ey! Sag mal. Ja. Heute hält sich wieder Spaß in der Halle. Bei mir. Bei mir. Na also得 Stade bei mir. Bei mir. actionable von, wo Na also Fein. Bei meinem02 Bowl die glaube ich, das ist etwa eine eine Rehseende. Hüсь Gast. Drei. Verst du dich selbst? Das machen wir gleich noch mal, ne? Das machen wir gleich noch mal. Hast du den auch noch? Noch mal, halb da aus. Kein weiß. Hier. Ein. Ein. Sehr gut. Noch mal, halb da zu. Mal rein. Es gibt ein Teil, die hoch nach dem anderen. Warte. So. Der macht nur Mist. Das ist dein Folgen. So ist Folgen. Nicht mein Folgen. Ja, so ist es einfach. So ist es hoch? Ich schreibe es heute wieder weg. Das war echt zugelegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, weil er da die ganze Zeit reinbeißen kann. Nein, nein. 281. Sehr cool. Scheiße. Nein, nein, nein. Entschuldigung. Aber das hier ist auch toll. Es macht halt leider nicht so viel Spaß. Willst du das auch noch fotografieren? Ja. Ja. Das geht auch schon mal los. Ja. 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 Guck mal, bist du immer so? Warte. Warte. Ja, so weit hast du nichts drauf. Dafür steht jetzt schon ein bisschen tiefer die Warte. Tiefer die Warte. Ja. Aber da geht's nicht auf. Der haut so, ja. 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 Soll noch einmal tauschen. Ja. Wir tauschen jetzt einmal die Pferle. Ja. Wie geht es bei der Box? Gehen wir schlafen? Kleiner Mann. Ich schläf gleich hier ein, ne? Ja. Wie süß ist der, ne? Wie lieblich. So ein Wirbelwind kann. Abmarsch. Abmarsch, Freunde. Ganz einfach mit hinterher. Ja. Das schlägt fast alle, Alter. Kleiner Mann. Machen wir sie jetzt da jetzt. Oh, Boxbeleg. Emma ist nicht schnell genug. Ey, er schlägt da nicht. Und? So. 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 Ne, das ist heu. Ja. Gar keinen Stress. So. 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 so.